So. Aber ich glaube schon, dass es Erika ist. Yay, sie freut sich. Nun ja, ich muss sagen, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Aber zumindest ist Hoodie wieder vereint. Die Details sind eher unwichtig. Die Hauptsache ist, dass wir dich wiederhaben. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Genau, egal wie du aussiehst, du bist immer noch du. Willkommen zurück, Erika. Danke, es ist schön, wieder hier zu sein. Kann sie denn jetzt eigentlich in die echte Welt? Als Digimon? Selbst wenn die digitalen Wellen verschwunden sind, kann sie ja rein theoretisch nicht mehr in die echte Welt, oder? Was zum... Die Verschlinger sammeln sich auf Erikas Server. Der Ableger ist weg, aber Eden wird immer noch abgetragen. Die Wirkung von Erikas Geist hat sich weit verbreitet. Was? Erklär es so, dass wir es verstehen können. Als der Verschlinger-Ableger Erikas umfangreiche Erinnerungen assimiliert hat, war ein temporärer Geist dabei. Der Geist hat sich dann über das Netzwerk der Verschlinger auf die anderen Verschlinger in Eden übertragen. Erikas Erinnerungs-Server war sozusagen das Herz des Geistes. Jetzt versuchen sie, ihn zu vereinen, aber auf dem Server ist keine Spur von Erika. Jetzt verschlingen sie sich gegenseitig, um eine Alternative zu dem Herzen zu finden, damit sie sich etwas anderem... damit sie sich zu etwas anderem entwickeln können. Etwas anderem? Dann sollten wir sie wahrscheinlich aufhalten, nicht wahr? Es ist schon zu spät. Das ist schlecht, wenn es zu spät ist. Wenn es zu spät ist, ist es immer schlecht. Das ist schlecht, wenn es zu spät ist, Das Gehirn irgendwie... Soll es ein Gehirn darstellen? Das sieht voll nach dem Gehirn aus. Ich meine, ich weiß nicht, wie ein Gehirn aussieht. Ich habe keins, aber irgendwie sieht es nach dem Gehirn aus. Was zum... Die Verschlinger haben sich zu einem neuen Wesen entwickelt. Erikas Server ist die Hülle und der temporäre Geist das Herz. Es ist wie ein Baum, dessen Wurzeln sich in ganz Eden ausbreiten. Einem Verschlinger-Eden. Ja, nennen wir es Baum. Ihr kennt das als Gehirn und das ist der Hirnstamm da oder so. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Was ist das für ein Geräusch? Der Geist im Inneren verursacht dem Verschlinger Schmerzen. Durch die Assimilierung von ganz Eden sind die Schmerzen wohl noch stärker. Weil Eden große Mengen an Mentaldaten und Gefühle von Menschen aufzeichnet und gesammelt hat. Mehr als alles andere will der Verschlinger wieder dahin zurück, wo er vorher war. Zurück? Er trägt zwei meiner Erinnerungen. Neugier, was die Welt da draußen angeht und Heimweh. Das klingt wie zwei sehr verschiedene Sachen, aber im Grunde ist es das gleiche. Er möchte diese kleine Welt entkommen, eine ganz neue Welt sehen und dann dorthin zurückkehren, wo er hergekommen ist. So habe ich mich gefühlt und er will jetzt das gleiche. Er ist eine weitere Erika. Er hat sich ebenso wie ich aus ihr entwickelt. Müssen wir ihn zerstören? Ich glaube, das wäre das Beste. Aber nicht, um Eden wiederzubekommen. Ich möchte, dass er wieder dort ist, wo er hingehört. Selbst wenn er nur mein Geist ist. In ganz Eden wurden Teile abgetragen. Wir müssen es mit dem Cyberspace selbst aufnehmen. Seid ihr trotzdem bereit zu kämpfen? Wir sind hergekommen und alle ist gerade zu rücken. Ich lese es mal mit vor, ne? Ich versuche es zumindest. Wir können nicht einfach unverrichtete Dinge gehen. So ist es. Ich habe doch gesagt, dass ich alles tue, was du willst. Was ist das für eine Mucke jetzt im Hintergrund? Was, manchmal bin ich sehr witzig, wenn auch nur selten. Wow, echt bitter. Echt bitter, das zu hören. Manchmal, wow. Okay. Wenn das so ist, will Erika jetzt nur noch eins. Der sieht voll abgespaced aus, Alter. Der sieht immer noch aus wie ein Gehirn. Sind wir eigentlich wieder geheilt? Ja, gut. Okay, es gibt nicht so viele Gegner. Also es ist nur der eine. Ich bin mal gespannt. Wir gucken erst mal, wir greifen erst mal ganz normal an und sehen dann, was los ist, ne? Das ist ja eigentlich immer so der Fall. Die Fähigkeit... Äh, Alter, abgespaced. Äh, die Fähigkeit von Digimon erhöhst du, indem du es hin und her digitierst. Also von Champion auf Ultra und von Ultra auf Champion wieder. Und, 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 und dadurch erhöhst du die Fähigkeit deiner, deiner Digimon. Und an so höher das Level ist beim hin und her digitieren, an so höher geht die Fähigkeitsstufe. Wir haben den gleich schon besiegt, oder was? Das ist ja... Sind wir, sind wir zu... Sind wir... Ist das wirklich ein Spiel, wo ich zu overpowered bin? Im kein Spiel bin ich zu overpowered. Und hier sitze ich jetzt und... Und töte das Ding. Äh, Laser? Aber lass das mir! Es tut mir leid, alles ist meine Schuld. Ich habe so viel Leid verursacht. Ich habe so viel Leid verursacht. Es wird Zeit, die Fähigkeit zu Ende... Äh, die Sache zu Ende zu bringen. Bald seid ihr wieder, wo ihr hingehört. Es gibt auch Fleisch, wodurch du die Fähigkeit erhöhen kannst. Aber das ist sehr, 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 sehr selten. Ich weiß auch gar nicht, wie das heißt. Jetzt, Leute. Okay, und noch einmal. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber es gibt auch Fleisch, das das... ...erhöhen kann. Energiereserve 2. Aua, das tat ja schon ein bisschen mehr weh. Guten Morgen, Valkyra. Wer schläft, Valkyra? Verpennt hier erstmal mein Stream? Ich weiß auch gar nicht, wo du das Fleisch herbekommst, Vico. Also, keine Ahnung. Ich habe das, glaube ich... Ich glaube, ich habe ein Stück Fleisch davon. Das habe ich, glaube ich, Luzmon in den Hals geworfen. Er ist schon gleich schon wieder tot, du. Countdown 3. Ich hasse in Spielen Countdowns. Ganz ehrlich, Countdowns sind... Ja, du hast das leider mit dem Schmetterling verpasst, Kutani. Gestalt Magie. Toll. Energiereserve 1. Kann ich mir das... Ne, nicht... Wunderfleisch, ja, genau. Wunderfleisch heißt das. Das habe ich mal durch irgendeinen Quest bekommen, aber dann hat es auch schon aufgehört. Okay, jetzt ist es wirklich einfach nur... Nur, 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 nur draufballern wir. Countdown 3. Ich hasse das. Ich mache das nicht. Ich mache mich ganz wuschig. Countdown 2. Das mag ich gar nicht... Ich hasse... Ich hasse Countdowns. Aber ich glaube, der geht vorher down, oder? Wenn jetzt, äh, Kutani da ist und zuschlägt, dann ist er sowieso down. Zack. Gestalt Zerstörung. Energiereserve 0. Klingt gut. Ach komm, wir haben 30 Stück davon. Dann sind wir alle wieder gesaved. Das ist doch auch nicht schlecht. Jetzt geht es allen wieder gut. Lange, dass du mich immer geschwindigkeitsmäßig buffst. Nostalgiewelt. Süß. Ah, Panik. Panik ist nicht süß. Panik ist gar nicht süß. Nein, 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 nein. Ich bin froh, dass einer überlebt hat ohne Panik. Das will ich nicht. Nee, 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 nee. Nein, nicht Texturfeld. Oha. Ich glaube, 10 Fähigkeit gab Wunderfleisch. Ich bin mir aber nicht... Komm, such mir her. Was tut denn jetzt hier? Ich glaube, 10 Fähigkeit gab es. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. Wie gesagt, ich habe es einmal bei Luzmon gegeben und dann war auch schon Ende. So, Qutani kann endlich angreifen. Das gibt Ärger. Watch. Gott, ich liebe die... Ich liebe Qutani hier einfach so. Meine Güte. Und Ende. Countdown angehalten. Kette verbinden. Oh, ja, cool. Danke. Goldenes Digi-Armor-Eye. Das gibt es hier also doch in dem Spiel. Das wäre echt schön, wenn ich das... Ach, kacke. Das wäre echt schön, wenn ich das auch herausfinden würde. Eine Mission. Okay, das schon mal. Aber was für eine Mission? Muss man die finden? Ich mache komplett. Aua, aua. So. Du willst nach Hause. Ja, ist das nur noch angreifen und überleben, oder was? Ja, tot. Okay, wir haben gewonnen. Null EXP. Toll. Ich glaube, wir haben gewonnen, oder? Ich glaube, wir haben gewonnen. Wo sind wir? Hey, schaut euch mal um. Hm? Wir sind wieder in Eden, ne? Ja, zumindest ein bisschen. Also so ziemlich zerstörtes Eden, aber es ist Eden. Eden ist wieder normal. Ja, wir haben es geschafft. Zurück zu Hudi. Nach Hause, oder so. Ich weiß nicht. Ähm, ich weiß, dass du jetzt ein Digimon bist, aber das ist kein Problem, oder? Du kannst in die echte Welt zurück? Wir können alle zurück zu Hudi, nicht wahr? Ähm, nein. Ich glaube nicht, oder? Erika? Was denn jetzt schon wieder? Was ist denn? Die Welt hat begonnen, sich zu wandeln. Zu wandeln? Wie meinst du das? Entschuldigung. Ich, Erika, hat einen Kampf im Netzwerk der Verschlinger beobachtet. Irgendwo in weiter Entfernung haben die Auserwählten die Welt gerettet und eine wichtige Entscheidung getroffen. Aus diesem Grund wird die Welt überschrieben. Zu einer Welt, in der Digimon und Menschen sich nie kennengelernt haben. Jetzt, wo sie ein Digimon ist, ist das scheiße, oder? Äh, das ist... Wie? Was meinst du? Und was wird mit uns geschehen? Ich weiß es nicht, aber vielleicht werde ich wieder menschlich. In der ganzen Welt werden solche Wunder alltäglich sein. Wirklich? Ja, dann lass den Wandel beginnen. Aber manche Dinge werden sich nicht ändern. Wie Erika. Die Zukunft, in der Erika an einer Krankheit oder aus einem anderen Grund stirbt, wird sich nicht ändern. Was? Das ist Erikas Rolle. Die Welt ist ungerecht. Darum gibt es Wunder. Ich muss mich bald entscheiden, bevor Erika durch den Wandel der Welt verschlungen wird. Erika, was willst du damit sagen? Ich bin froh, dass ihr gekommen seid, um mich zu retten. Ich bin... Ich bin... Ich bin jetzt ein Wunder, das wir erschaffen haben. Egal, was jetzt noch geschieht, das dürft ihr nicht vergessen. Ähm... Jetzt... muss ich lebwohl sagen. Sie will ein Digimon bleiben, oder? Sie will ein Digimon bleiben, aber... Sie will definitiv ein Digimon bleiben und will in die digitale Welt. Mit Vormons zusammen. Und schmeißt uns raus. Ich hab euch alle lieb. Ich hoffe, sie haben gehört, was ich als letztes gesagt habe. Ich bin mir sicher, dass sie es gehört haben. Wo sind wir? Sind wir jetzt in der... Sind wir auf dem Weg in die digitale Welt, weil wir sie noch einmal an der Hand gefasst haben? Dass sie... Dass sie uns mitgenommen hat? Ich weiß es. Ich hab keine Ahnung. Hättest du dich nicht einfach verabschieden können? Die Welt hat sich gewandelt. Genau wie ich es gesagt hatte. Aber du wurdest zusammen mit mir zu diesem Ort zwischen den Dimensionen gebracht. Deshalb merkst du es noch nicht. Du weißt noch, was Suedo gesagt hat, nicht wahr? Wir können nichts dagegen tun. Aber es gibt da etwas, das ich tun kann. Jetzt, wo der Wandel bevorsteht. Ich gehe als Hoodimon in die digitale Welt. Weil er Erikas Erinnerungen geerbt hat, ist Vormon ihre neue Gestalt geworden. Vormon und Erika sind eins geworden. Das bin ich. Ich werde als ein Digimon weiterleben. Und ich gehe deshalb nicht zurück zu Hoodie. Ich habe mich entschieden. Ich will zurück. Ich will bei euch bleiben. An dem Ort, den ich liebe. Ich wünschte, ich könnte zurück zu Hoodie und mit dir, Kest, Cheetos und meinem Bruder zusammen sein. Aber wenn ich in die echte Welt zurückkehre, würde mir nur wenig Zeit bleiben. Das wäre eine schwere Bürde für meinen Bruder. Für euch alle. Mach dir darum keine Gedanken. Du hast die ganze Zeit gelitten. Komm zurück für mich. Eigentlich wäre es für sie ja am schönsten, wenn sie ein Digimon ist, ne? Und in der digitalen Welt lebt. Weiterlebt. Anstatt dass sie jetzt zurück in die echte Welt kommt und... Naja. Und da stirbt. An ihrer Krankheit, die sie ja immer noch in der digitalen Welt hat. Und als Digimon kann sie ja dadurch, durch den blöden Idioten aus dem ersten Teil, kann sie ja nicht in der echten Welt leben. Also, ich kann ja nicht, ich kann das nicht von... Mach dir keine Gedanken ist... Nein. Komm zurück für mich. Ist natürlich sehr egoistisch von uns. Weil wir wollen sie für, sagen wir jetzt einfach mal ein halbes Jahr noch bei uns haben und dann ist sie tot. Das ist eigentlich auch eigentlich... Weiß ich nicht. Du hast die ganze Zeit gelitten. Irgendwie würde ich ihr sagen... Ich würde ihr sagen, dass sie gehen kann. Auch wenn es schwer fällt. Aber im Endeffekt ist für sie das Beste eigentlich auch wirklich, wenn sie geht. Es tut mir leid. Ich will nicht, dass andere meinetwegen leiden. Und außerdem möchte ich diese Gestalt oder diese Erinnerung nicht verlieren. Hm? Ich war nicht die Einzige, die mit ihrer Willenskraft Hudimon erschaffen hat. Riju, mein Bruder, Shitos und die und du habt euch gewünscht, dass Erika überlebt. Darum bin ich entstanden. Ein Mensch, ein Digimon und die ganzen Erinnerungsdaten der Welt, die Eden aufgezeichnet hat. Das ist Hudimon. Ich verkörpere die Erinnerungen der Welt. Aber wenn ich wieder zu einem Menschen werde, werde ich alles vergessen. Schöne Dinge, traurige Dinge. Alles, was in dieser Welt geschehen ist. Ich will es nicht vergessen. Und ich will diese Form nicht verlieren. Wir haben dieses Wunder gemeinsam erschaffen. Ich will nicht, dass es so schnell zu Ende geht. Ich nehme dieses Schicksal nicht so hin. Also werde ich neu geboren und die Erinnerung von allen behalten. Und ich werde zur digitalen Welt gehen, um ganz neue Dinge zu sehen, Abenteuer zu erleben und neue, neue und fantastische Sachen zu lernen. Dazu bin ich nun in der Lage. Es ist meine einzige Chance, das zu tun. Also... Also... Verabschiedest du dich von mir? Ja, eigentlich schon. Wie? Nein, klar. Das ist noch nicht alles? Was denn noch? Yay, unsere Digimon! Du willst, dass ich sie mitnehme? Na, die beiden nicht. Die sind egal. Die Digimon von meinem Bruder und Cheetos. Sie sind dir hierher gefolgt. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Haha. Dies ist also die Geburt eines neuen Hoodies. Kutani geht und... 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 Und Nico geht und... Und Varrox geht. Alle gehen sie jetzt. Toll. Geht doch einfach. Puh. Scarface geht. Alle gehen sie jetzt einfach. Anneliese geht. Äh, Christina geht. Entschuldigung. Alle gehen sie jetzt. Toll. Danke. Anscheinend sind wir die neuen Vorreiter, die die digitale Welt schützen müssen. Wer hätte das gedacht? Ach, unsere Digimon. Zürich haben wir noch so viele. Andere. Es ist soweit. Sag, mein Bruder und Cheetos, dass sie mir fehlen werden. Ich werde mich nicht verabschieden. Selbst wenn sich diese Welt verändert hat, wird sie noch mit der digitalen Welt verbunden sein. Wir werden uns sicher wiedersehen. Das hoffe ich. Ich habe gesehen, wie die Welt sich von einem Ort zwischen den Dimensionen ausgewandelt hat. Genau wie Erika gesagt hat, war es eine Welt ohne Digimon. Es gab keinen Cyberspace namens Eden mehr. Die Leute lebten ihr Leben in der echten Welt. Nach und nach verblassten unsere Abenteuer. Ich weiß nicht, wer das entschieden hat oder warum. Wir können nur dem großen Plan folgen. Genau wie immer. Als ich das alles mit ansah, versprach ich mir selbst etwas, das ich nie vergessen würde. Wie Erika es sagen würde. Ich werde die Erinnerung, wie sehr wir uns bemüht haben, alles, worum wir so hart gekämpft haben, nie aufgeben. Erikas Entscheidung. Erikas neue Form. Ihr letztes Lächeln. Ich werde mich an alles erinnern. Erinnern. Für immer. Für immer. Für immer.